So und hallo und herzlich willkommen hier bei LP mit Phoni. Wir schließen uns jetzt an. So, da ist er ja, der BAMF. BAMF? So. BAMF, ich habe doch das. Ja toll, ich brauche es kennt. So, nur noch zwei Leveln und wir haben unser hier blinkt das auch auf dem Boden oder hier vor mir. Ja, vielleicht ist da was in der nächsten Map, in der nächsten Ding, wenn wir runterkommen. So. So. warte 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 da musst du muss ich irgendwas okay du musst das reicht große holztruhen zerstören neun stück so krokodil dann die so fünf kisten haben wir schon halt stopp jetzt rede ich so komplett halt stopp ist da hinten irgendwas zum einsammeln jetzt geht's nach unten auf geht's aufzug spinnen so ich mache wohl auf nach dem auf oh ich sehe schon die monster dahinter das ist ein bisschen zurück so haben wir hier irgendwo haben wir irgendwo ist das so ein zwischengegner oder ist es wirklich der endgegner vom areal ich auch nicht lol ich hau den und der flippt so aus ich glaube der kommt dann noch mal ich habe gewusst warum ich meine ist meine macht noch nicht einsetzt ja ich habe ja noch nicht eingesetzt ja ich weiß warum weil ich gedacht habe endgegner und so aber war anscheinend noch nicht weil ich habe mir erst angst hat da geht es ja noch weiter also kraft noch nicht einsetzen so jetzt check mal hier mal irgendwo ab weil hier muss irgendwo dann dieses scheiß ding sein ne was sein zum einsammeln irgendwas ist nix oder das geld hast du irgendwas zum einsammeln gefunden oder ja nö war wichtig nur ich sag mal mit dem gespräch mit da haben wir wahrscheinlich schon mit eingesammelt ich glaube das ist der endgegner ja das ist er aber solch sequenz haben wir auch noch nirgendwo gesehen oder ja 0 alle achten diese gift in liga da man ok ja ja So, jetzt schauen wir mal hier rum, weil irgendwo muss doch das Soul Sequence Ding sein. Ich habe noch kein einziges aus dieser Ebene. Hier wird nichts grau, da hinten wird nichts grau. Da auch nicht. Da dürfen wir wahrscheinlich wieder im Hardcore Modus rein. Wahrscheinlich. So, und damit endet auch die heutige Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich rein gegen die Wand. Ciao, ciao.